Ich erkläre die Kräfteaddition, das Kräfteparallelogramm anhand von diesen Hunden und wenn es um Geschwindigkeiten geht, so Geschwindigkeitspfeile, ist es ganz genau das gleiche. Ich finde es aber bei den Kräften anschaulicher, deswegen fange ich mit den Kräften jetzt mal an. Dieser Hund, der soll mit 20 Newton ziehen und wenn man die 20 Newton noch nie gehört hat, ist das völlig egal. Das ist ein bisschen weniger wie der andere, der mit 30 Newton zieht. Und bei Zahlen wäre es ja 20 plus 30 ist immer 50, aber bei so Hunden ist ja logisch, wenn der eine nach links zieht mit 20 Newton und der andere nach rechts zieht mit 30 Newton, dann ist die Summe, die Summe ist jetzt das, was hier so an der Hand dran ist, die Summe ist in dem Fall eben 10 Newton nach rechts. Würden die aber sich einigen, die zwei Hunde, würden sie jetzt in eine Richtung ziehen mit 20 Newton, 30 Newton, dann ist es logisch, dass die Summe 50 Newton ist. Also während bei normalen Zahlen, 2 plus 3 ist 5, ja, habe ich jetzt bei Vektoren kann das 10 sein, 50 sein, alles mögliche. Und da gibt es, das kann man zeichnerisch sehr schön machen, da gibt es so ein paar Spielregeln. Und zwar, ich zeichne jetzt hier mal, also von der Hand geht die Kraft aus und die Kraft symbolisiere ich mit einem Pfeil. Und diesen Pfeil, den bei 20 Newton, den mache ich dann 2 Zentimeter und das mache ich hier nur freie Hand. Der nächste Pfeil bei 30 Newton 3 Zentimeter, ja, so 2 Zentimeter, 3 Zentimeter und dann zeichne ich ein Parallelogramm. Das heißt, ich zeichne, ich ergänze diese zwei Pfeile, ich mache das jetzt alles freie Hand, ich habe auch die Zentimeter freie Hand gemessen, ungefähr so. Ja, genau, die schauen doch jetzt eigentlich schön parallel aus. Und die Summe, die ist jetzt die Diagonale. Das will ich mit Lineal haben, so, genau. Trotz aller freier Handgeschichte, eine schwarze Pfeil. Das ist die Kraft F. Also hätte ich jetzt, also würde er die Augen zu machen, hätte er das Gefühl, da gibt es nur eine Kraft und die geht in die Richtung von dieser Diagonale. Ja, und das symbolisiere ich jetzt nochmal. Das heißt, wenn die sich, das ist so schnelle Skizzen, wenn sich die Hunde relativ einig sind, ja, dann gibt es eine große Kraft, dann ist es ein spitzes Parallelogramm. Wenn die einen nur rechten Winkel haben, dann wird die Kraft schon kleiner. Machen wir nicht immer, also die Diagonale ist immer die Summe, wenn die Hunde in verschiedene Richtungen ziehen, ja, dann wird die Summe, also in diesem Fall das Gelbe, wird immer kleiner. Wenn die ganz extrem sind, ja, also fast, ja, dann habe ich Stopp, zurück, ja, dann habe ich ein ganz flaches Parallelogramm, ja, und die Summe wird immer kleiner. Genau, und so funktioniert es. Ja.